Heute wird Vail und Biver Creek präsentiert. 2015 sind dort die Weltmeisterschaften. Ja, das ist ein guter Ort. Vail macht so viel für den Skisport. Die sind der Motor für den Skisport in Amerika und die verdienen es, dass sie die Weltmeisterschaft zum dritten Mal haben. Das ist ganz wichtig, dass wir gerade Vail, die Geld haben, die sich verpflichtet haben für den Skisport, dass die so viel machen und dass sie auch die WM wieder kriegen. Und ich bin sicher, 2015 werden schöne Spiele, schöne Weltmeisterschaften werden. Vail und Biver Creek ist ein schöner Platz. Da habe ich selber eines meiner Rennen gewonnen, einen Super-G, schon eine Zeit her. Und ich werde da sicher vor Ort sein. Ich bin überzeugt, dass Vail und Biver Creek eine hervorragende WM schaffen werden. Ich bin begeistert und freue mich schon auf den Zeitpunkt, wenn wir die Fahne an Vail und Biver Creek übergeben können. Aber wir haben ja noch eine Woche WM. Gott sei Dank. Es freut, glaube ich, der Mannschaft jetzt schon ein großer Stein vom Herzen. Das war halt ein Riesendruck schon bei einer Heim-WM. Und jetzt ist die erste Medaille mit dem Rommel da. Weil ich wusste, es wird sehr schwierig sein. Und dass der Rommel Baumann eine Medaille macht, habe ich auch nicht erhofft. Ich habe eigentlich auf den Benni Reich gedacht. Aber der Rommel ist eine gute Abfahrt gefahren. Eine sensationelle gute Abfahrt und auch einen guten Slalom. Du bist das Land, der nicht die neue Hand hält. Aber du bist so schön, bist mein Piroler Land. 3-time World Champion Olympic Gold Fellowship in 2006. Give a big round of applause for Ted Wiggi! 3-time World Champion Untertitelung des ZDF für funk, 2017